Gott lobt, es ist das Alte nun vergangen, das Neue hat sich angefangen. Des Bundes wird nicht mehr gedacht, denn Moses durch das Blut in Sinai gemacht. Denn das vergossen nur die Rinder und ziehte bloß auf des Gesätzes Kinder. Allein da Jesus Christ im Neuen Testament des alten Landschaft ist, das sein hochsteures Blut versiegelt hat. So findet jedes Blut des Bundes nicht mehr statt, denn unser aller Nisse tat, wird durch das heilige Jesus Blut, die alles genug für unsere Sünde tut. Erlassen und vergeben dies schenkt uns Gerechtigkeit und Leben.